ich bin ein bisschen mit meinem neuen handy überfordert so einer von denen ist geblieben ich glaube die methode gemacht hat bei dem ja ob der bei eben gemacht da sind wirtschaft zu selten nur wirklich jeder schuss was drin ist bei mir also bei mir ziel 6 von 7 alter wenn man überall so geil driften könnte wie in dem spiel ich habe mich übernehmen kann diese schwarz weiß sieht auch geil aus na komm ich soll noch mal drei leute reinkommen hallo aber sich aufregiert weil du auch gerade wieder mich gerammt ist ja ich bin ja absolut entschuldig noch geht an der decke das klappt aber also eine dicke kannst du nicht von der seite kann ich glaube ich lange gefahren aber ich kann es auch lange gefahren musst du richtig bloß haben die ganze zeit nee und ich sofort runde das kaputt ist glaube ich auch nicht jetzt sofort runter wollen wir noch mal raus gehen noch mal neue suchen ja das dauert ja 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 das dauert wirklich sehr lange seid ihr alle da ja passt jetzt dabei eben ging es nicht ich habe eben gedrückt aber da ging es nur nicht kann ich jetzt haben ich glaube wir sind jetzt mit zwölf matches also sechs folgen ich mal noch zwei oder sondern noch mal ziemlich ziemlich genug bis nächste sonntag aber ich sage jetzt noch ein bisschen bock drauf mir ist das egal mir auch eigentlich meine freundin will wenn wir noch einmal spielen ja ich will ja auch noch einmal ran ja dies arbeiten die karte woche nicht immer jetzt nicht immer zeit sorry baby ich warte drauf aber wo ist ja sehr schön darf auch mal wieder endlich ja nicht nur ich ob es die idee die ich gerade explodiert lassen hat jetzt rausgegangen das hat aber wirklich gefangen nach zehn sekunden geht man dann raus da geht er doch ein geht er doch hin posten so wenn ich hier teilweise mit dir bei dir im locken leben markus so ging es mir am freitag im rennen da haben wir auch die ganze zeit gespielt egal zweimal nebeneinander egal muss ich noch einmal angucken ich schenke mich da als drittes auto noch daneben und drehe einen weg oder so ist egal allein beim start ist regnet in ungarn ich bremste die erste kurve an wird rechts links überholt und vorne ausgebremst weißt du ich bin dann extra ein bisschen vorsichtig und ja auch wieder vor der mein auto kaputt ich bin aber nicht qualifiziert worden weil ich mich gedreht ich bin damit ich habe ich hätte ich hätte an deiner stelle dort schon aufgehört nach der sache und monaco weil das lächerlich ist die leute haben dich vorhin weil sie ungeduldig sind und du versuchst dich nur zu verteidigen und du kriegst dafür strafe ist doch schwach hallo ja egal jetzt ist es vorbei jetzt war es einfach so viel ich hatte mich in der letzten kurve geht oder vorletzte kurve gedreht und bin dann hat dann gewartet weil noch zwei autos dahinter kam ich wollte ich auf die strecke zurück und habe dann vom spiel die ds kuh gekriegt weil ich gegen die fahrt richtung gefahren bin wir wollen was einfach brennt so much das ist das zweite mal in kanada und jetzt sind ungern die strecken die ich mir liegen wenn wir einfach so von einem welchen leuten kaputt gemacht wenn es den entschieden können da habe ich es dir versaut hat für den drüber gehört und ich kam nicht mehr ran ich habe ich da auch nicht kommen sehen hier komme ich nicht hin weil ich habe der der habe ich weggedrückt ja ich habe dich damit auch leider nicht kommen sehen das habe ich zu spät merkt dass du da noch nicht so wie es war dann läuft ja nicht versenkt oben na egal ich weiß auf 22 ärgerlich aber ich habe jetzt zurück auf meinen links ach man gehen wir ja auch wenn es mit deinem scheiß schön vorhanden hatte schade jetzt warst du es ja jetzt habe ich den zweimal ich hätte jetzt gerade schießen können kosten über mich drüber gelobt ja egal was jetzt heute baby macht sehr schön dann hat sie noch berührt aber ich habe eigentlich mal ist egal es war ist im tor es wäre hier hat er den norma berührt sie stand einfach da ziemlich günstig ja ich möchte nach vorne gelegt bekomme von ja man schade noch schön aufgepasst ja ja sorry jetzt wird das jetzt wie wollen wir den werben über den rein spielen wir wollen eine minute noch ich habe den ball nicht obwohl er direkt neben mir ist ich habe es jetzt wirklich egal schön mit meiner vorlage ich bin doch mal angefahren ich hab ja nur ein bisschen angeluft weil ich den flachgeschossen hätte gehabt werden gehalten gewesen das ist jetzt gerade diese phase dass es läuft da geht also dinge einfach rein ich habe schon so bälle verschossen einfach tippen lassen passt na gut hast du gemacht da ein tor zwei vorlagen eine parade drei schüsse früher sogar fürs explodieren noch also dass jemand explodiert noch punkte bekommen für k.o. sozusagen das habe ich zehn punkte gekriegt also mittlerweile die kunden meter pro sekunde pro fester von strecker zwei zerstörungen gut gemacht ja kommt es nicht wollen die nicht mehr scheinbar nicht mehr Oh, das ist ein blaues. Ja. Jetzt! Alter! Ein bisschen daneben gespielt. So hoch, der war nur im Winkel. Dann bin ich vorbei. Da spielt einer am Splitscreen, ne? Hä? Wie kommst du denn da drauf? Na, weil da Guest 1 steht. Gast 1. Nee, der spielt sich jetzt Splitscreen. Die sind miteinander befreundet, wie bei uns auch. Die zeichnen davor. Nein, der eine heißt Guest 1. Gast 1. Ja, der heißt, hat sich so genannt. Ach so. Das dürfte... Nee, bitte. Mach mal zweit. Äh... SP2 verfolgt ja. Einfach kollabieren im Tor. Wurde wieder gerannt. Wir werden ja mal die Torschüsse vom Rennplan versaut. Na, ich weiß nicht, was du meinst. Na, gehst du dann regelmäßig machen, ist mir das egal. Ja. Ich mach einmal mit, haben wir mal ne Türchen. Mach einmal mit, haben wir mal ne Türchen. Mach halt so. Dankeschön den Pass. Ja, guck mal das war. Was hab ich ja davon... Nee, der war einer von denen war das, oder? Ja. der geht schon wieder der eine von denen ist schon wieder raus wir haben zwei hintereinander gedacht ich glaube da war ich auch noch mit drin in dem Ding tschuld ach verdammt yes das ist da vorne ich soll noch mal wieder hin da muss ich noch machen sehr schön Markus das war aber auch irgendwie reingewirkt oder so ich hab einfach nur geguckt was der da macht dann hab ich ihn reingeschossen ja ich brauchte den jetzt nur noch abstauben ja das war ja da ich hab ja noch mal berührt dass ich dann etwas bis zum wickel reinsetzen kann jetzt hast du ja schon mal ich hab das mal seit der erstes überhaupt ja bei euch passt ja perfekt dein ist auch aus der ja wir haben nur drei kurz oder so so sorry schuldig habe ich jetzt so schön vorbeiratet sagt dann lass dann gehe ich doch gar nicht hin ich war dafür jetzt gerade ausgegangen dass keiner ich hab dich nämlich nicht gesehen hinten am tor und dachte mir da ist keiner mehr und dann spielst du den ein bisschen raus wenn du mir sagst das sorry das war ein Missverständnis alles ist gut ich bin mir schuldig ach was hat der Baby Baby kommt einfach angeballert sorry nein ja ich verwechsel mich mit dem Ball teilweise tschuldigung ja ich ich bin sehr egoistisch ich will jedes Tor machen zweifel mach ich auch die Eigentore so ganz eigene ja ja der war von mir allein sehr gerne ich kann nicht ich muss einfach weg bleiben aber ich bin einfach so egoistisch Kev 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 will jedes Tor machen so ganz eigene genau ich hab jetzt vier stück gemacht ja ich flieg da noch mal durch ich dachte mir vielleicht hast du Glück dass du noch mal irgendwie was triss ja ja ich hab immer ne ich hab immer den Beckenstoß ne na schade danke Markus das ist einer hat schon wieder das Spiel verlassen naja die gehen alle guck mal wie es steht ist klar ich kenne auch Leute wenn es zu hoch wird dass die das Spiel verlassen ja na gut wenn es sich so nix geht das ist kein Wank geht das ist einfach nur just for fun klar gehen nicht geh auch wenn ich in den Spiel reinkommen muss dann 4-5-0 Stift für den Gegner dann geh ich auch raus dann fang ich mir so wie ein neues Match streiten wir uns jetzt alle drum bei den Ball haben darf ich für das Tor machen doch ja da muss da eins gegen eins spielen gehen da kann man nicht egoistisch sein nein das geht nur bei 4 gegen 4 nein das geht nur bei 4 gegen 4 ja 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 je dann ja 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 Vielen Dank.